Scream, oh wie ja eins aus Dead Space. Ja ok, das gucken wir mal. Dead Space 2. Ich hab noch nicht mal Dead Space 1 anguckt oder so. Spielt nichts. Und es gibt schon drei Teile davon. Sieht aber ganz cool aus, so die Russen und so von ihm. Mann, der labert. Ah, fuck! Scheiße! Und ich sag doch, der labert immer. Fuck, was ist das denn für ein Mist gewesen? Mann, der hat mich so in seiner Laberei eingelullt. Das ist nicht so. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt, das ist ein niekendes Nachtmärchen. Es ist eine Stunde und eine halbe. Sie hat die Stream für drei oder vier Stunden, oder? Ich hab's gesagt, was ist das? Ja. Was ist das? Sonne von B****! Oh mein Gott!